Wir haben den 4.8.2022. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier noch kein Backup gemacht habe von diesen Notizen. Wobei da habe ich... Ah doch, da sind schon auch eine Notizen drin. Okay. Okay. Ich bin in der 4.8.2022 und das ist jetzt schon eine Woche halt, die Notizen.